Wenn du mit dem Divi arbeitest, ein Blogcast und eine Kommentarfunktion, ist dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen, dass, wenn man hier so ein Kommentar abschickt, ich mache das jetzt einfach mal, ich habe das schon vorbereitet, und schicke den Kommentar mal ab, dass in der Textübersetzung, also in der Sprachdatei-Übersetzung, dass hier ein Fehler ist, Modertaion. Dann, egal ob das jetzt Kontaktformular, also so ein Kommentarformular ist oder was anderes, wenn dir solche Fehler auffallen, dann ist der erste Weg, dass du einmal dem Support schreibst und sagst, hör zu, da stimmt was nicht in der Übersetzung, also dass sie das an das Entwicklerteam weitergeben, aber für eine schnelle Lösung, in dem Fall wie hier, hast du die Möglichkeit, ein Plugin zu benutzen, und zwar, das heißt, say what, dann hast du das installiert und aktiviert und dann gehst du in die Einstellung und dann kannst du hier Text unter Änderung hinzufügen. Das setzt voraus, dass du natürlich den Original-String, also den Original-Text, musst du kennen aus dem Englischen, weil das sind Übersetzungsdateien, in dem Fall weiß ich, dass das im Englischen so heißt, your comment is awaiting moderation, und ich muss ihm noch sagen, wo er das ändern soll, damit er auch die richtige Stelle findet, das ist in dem Fall im Divi-Bilder, also im et-Bilder, und du kannst dann einfach hier im Ersatztext eingeben, was er dann anzeigen soll, wenn der Kommentar abgeschickt wird. Dein Kommentar wartet auf Moderation, aber ich kann natürlich auch irgendwas Beliebiges reinschreiben, und wenn ich jetzt sage hinzufügen, dann hat er das hier hinzugefügt, ich lösche nochmal den Cash, gehe nochmal auf das ursprüngliche Formular zurück, aktualisiere hier nochmal die Seite, und dann hat er hier dein Kommentar wartet auf Moderation übernommen und hat jetzt die Übersetzungsdatei in Deutsch, hat er jetzt quasi auf meine Wünsche angepasst.